Ja, du Wichsgesicht! Junge, was soll denn das? Hauptsache, ich spring genau rauf und sie fällt einfach davor! Ja, ist okay, müssen wir neu machen. Damit, hallo und herzlich willkommen zurück bei Immortals Fenyx Rising. Den PC vor 33, glaube ich, jetzt, ja, ne? Ach, auch noch sowas zerbrechliches, das ist ja super. Na gut. Aha. Oh. Naja, wir dürfen es ja nicht werfen. Hm. Rede mit mir, statt über mich, Zeus. Vertraue meinem Urteil. Oh. Achso, mit diesen Dingern können wir keine Doppelsprünge machen. Hör auf mich. Vertraue mir. Lass mich dich führen. Athenas Statue steht ganz allein. Sie war immer für die Helden da. Also sollten die jetzt auch für sie da sein. Höf ever. Höf her. Im Peter. Ph象 war immer für sie. Dann ging es auf mich. French. Oder? Begegnet. Medusa, die Gebietende. Oh Gott. Oh Gott. Ja, alles klar. Mit einem Schreck bemerkte Fenix, dass Tufon Athenas Essenz verdorben hatte. Die schlangenhaarige Figur auf ihrer Eigis war zum Leben erwacht. Ja. Ach so, ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Besiegt. Besiegt. Das war's jetzt hier, oder was? Also, so ein Kampf kommt und dann ist das nicht mal das Finale oder so. Ich meine, guckt euch das mal an, wie viel hier noch ist. Ah. Ach so. Eins von vier. Müssen wir jetzt hier noch machen. Natürlich. Ja. Ja, ich meine. Warum nicht? Das macht Sinn. Okay. Uff, 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 uff. Okay. Alter. Alter. Junge. Übertreib's halt. So. Ja, gut. No. Wow. Hat. Hm. Ich wüsste trotzdem nicht. Ja. Alles klar. Um. Ganz schön hart. Sei wie es ist. Pisten wir mal die anderen. Hm. 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 Ja. Okay. Cool. Ne. Also ich mein. Ja. Das hier geht ja noch. Das hier ist ja einfach. Ach ne Moment. Das hier geht ja jetzt nicht. Uh. Ach so. Naja. Ja. 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 Jaa, nee. Jaa. Gucken wir doch erstmal, was hier kommt. Ah, ich seh schon, das muss einfach nur... Da rauf, hm. Na gut, also. Das ist ja kein Problem. Da ist noch ne Truhe. Hä? Hm, ja. Jaa, du Wichsgesicht! Junge, was soll denn das? Hauptsache ich spring genau rauf und sie fällt einfach davor. Jaa, ist okay. Müssen wir neu machen. Okay, du hast das jetzt nicht gespeichert. Du sprachst. Spaß. Ne. Wunderbar. Jaa. Einen Gesundheitspunkt verlieren wir dadurch. Danke. So, was war denn das? Oh, ist klar. Hier ist jetzt bitte ein Punkt. Jawoll. Tag. Dann machen wir mal los. Ähm. Okay. Okay. Hm. Leider habe ich aktuell noch nicht Ahnung. Zeitpunkt. Also, man... Achso, wir müssen quasi wahrscheinlich wieder beide holen, ne? Oh, die Rätsel sind echt knackig, knackig. Ach, du Spast, Mann. Ah, dreckiger Wichser. Ah. Ah, ne. Das können wir jetzt schon wieder vergessen. Ah. 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 Mann. Ah. Mann. 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 Oh Mann, ey. Du fällst natürlich runter. Na gut, nicht so schlimm. Ah. Ja, ich will zu schnell machen. Schon klar. Ja. 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 Na ja, da müssen wir denke ich mal hin, wa? Ja. Das kann ich mir grad nicht erklären. Oh, das ist ja eigentlich nur für die... Sag mal. Ja. 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 Das machen wir halt nicht. Achso. Oh. Ja gut, wir brauchen das dritte auch noch, um da hin zu kommen. Mhm. Gut. Ich bin still. Jetzt macht's wieder alles seinen Sinn. Hm. Ja. Ja. Okay, jetzt klappt's. Frage, was da ist. Ja. 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 Hah. Ja. Ja. Das stimmt, was hier raus sarà. Aber... Seuss, hör mich an! Du weißt, dass ich recht habe! So, die Kiste gönnen wir uns auch noch. Oh, cool. Da müssen wir auch dringend mal investieren danach. So, Freunde, ich muss ganz kurz einen Cut machen. Ich werde nämlich gerade angerufen. So, Leute, es geht direkt weiter. Ist ja zu stark, ey. Ich habe gerade mit einem guten Kumpel telefoniert. Ich habe länger nichts mehr gehört durch Lockdown und so. Ich habe mir was erzählt. Ich kann es euch jetzt nicht erzählen. Das ist natürlich ein bisschen privat und so, aber... Hui, geil. Ey, das ist ja wirklich das. Also, das ist wirklich so eine Sache. Mit Deck nicht gerechnet. Also, ich muss ja mal... Komme ich den ganzen Abend nicht oft klar, sage ich es so, wie es ist. Okay, es kommt. Achso, das ist... Okay, ich verstehe. Mhm. Oh, oh. Jedes Mal? Ein einfaches, heuerliches Leben, in dem du für eine Familie sorgst. Stattdessen stirbst du jetzt doch wieder. Allein. Nein! Aber jetzt kommt drin, was erstmal hier aufs Game ist. Aber geil ey, ich hab durchgelacht beim Anrufe, das ist ja Wahnsinn. Ey. So, Edusa alter, wer bist du eigentlich, so wir müssen das hier wirklich, viermal machen. Oh, geil, hahaha, das ist doch verrückt, das ist verrückt. Oh, ist das gut. Ey. Hm. Ja, komm, Alter. Ach geil, Alter. Ah, warum war schön, ihn wieder zuhören? Wunderbar. So, anderes Thema. Die Folge ist gleich vorbei. Ähm, genau. Die Folge ist gleich vorbei. Gut. Ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter und dann, ähm, müssen wir weitermachen. vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020